Ich meine gut, die Quark-Situation ist jetzt aufgehoben, durch den Würfelwurf, durch den dreifachen Lutz. Der dreifache Lutz, der 18-fachen Lutz, riesige Würfelkombination, wie die Rune und den höchsten Spielkischen von L.A. gewährleisten. Richtig, richtig, richtig. Es scheint mir so, als wäre das jetzt hier sehr technisch. Sehr sehr technisch. Das war damals in Bambeck, der große Gunther Löpmann, zusammen beim Armee-Gewicht von Erich Treffer.